hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren folge korban nation soft to look schön dass ihr wieder da seid heute bei uns geht es jetzt mal hier weiter mit sammeln und zwar habe ich heute beschlossen einfach so ein bisschen ruhebären aus dem unterholz zu pflücken es ist halt gerade wieder nacht es ist halt wieder ganz gut okay die nacht werden wir ja wohl auch rum bekommen so genau gemütlich sammeln bisschen plaudern über dies und das genau eine gute zeit haben das ist so der plan heute genau so wenn man doch den anderen scheiß auch mit der hier warum wachst weil es hat einfach ein bisschen besser geht aha grünauge hier oben moment da leuchtet was an pilz okay erwarte mal der monstein warte mal grünauge du bist weg warte mal der pilz zudem kommen jetzt nicht okay alles klar so pack mal weg denn die hacke warum jetzt nicht moment habe mich wieder vertippt hier so weiter geht ja ich habe jetzt einfach beschlossen also es ist ja spät am abend würde ich jetzt nicht sagen warte mal genau hol mal uns den monstein da hinten noch mal ja es ist jetzt abends und es kommt gerade nichts für mich zum schauen ach so geh weg jetzt habe ich gedacht dass wenn ich ziehe und da war ich das so ein blöd man so ok es wird tag sehr schön gehst jetzt mal weg du nervensäge hartnäckiges viel moment mal getreide nehmen wir auch mit wenn wir schon drüber stolpern ja ich hatte es einfach gerade lust aufzunehmen also hier haben wir schon gesammelt nach schon wieder so ein blöder frosch wollen wir nicht bin ja kein franzose ja was labere ich dafür dass man schmarrn momentan laden auch gerade sims videos hoch bei mir habe heute auch schon vier stück aufgenommen damit meine sims zuschauer auch noch was haben denn das ist ja das einzige tägliche format aktuell da ihr wisst ja korban und pal wird im wechsel stattfinden also von den beiden spielen alles nur zwei tage ich hoffe dass es okay ist für euch zum zuschauen ja ich merke schon dass irgendwie die korban videos bei mir am besten gehen also manchmal sind sims folgen vorne dran mit den aufrufe zahlen aber wenn halt ein tag lang kein korban war dann wird halt das viel geschaut bei mir das ist ja ganz gut würde ich so sagen einfach hier mal ein bisschen unterholz und pflücken hier ja das haben wir auch schon länger nicht mal gemacht dass wir einfach hier auf den feldern unterwegs waren um nach kommst du dich um rube anzusammeln können wir bestimmt irgendwann wieder brauchen wenn wieder verstärkt heiltränke gecraftet werden deswegen würde ich dann in der nächsten folge vielleicht eine pilzerunde machen pilze und was hatte ich noch vor keine ahnung habe ich vergessen auf jeden fall pilze oder so ja genau pilze und getreide aber getreide ist ja besser wenn wir das heute gleich mitnehmen wollen wir getreide jetzt nicht mehr brauchen unbedingt die zwei kisten waren ja voll schon von einer gewissen zeit ja gemäß mal da oben lang also zieg ist alles klar so moment dann geht es hier weiter hallo ja racker sind auch natürlich wieder begrüßt werden das geht ja gar nicht ich würde gerne die ziegel streicheln oder europa ja 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 das wäre echt schön das wäre genau meins naja vielleicht kommt es ja irgendwann noch wenn irgendwann ja wenn die tiersucht oder was auch immer das genau ist oder stelle für weiß nicht milch ressourcen oder sowas reinkommen ich weiß ja auch nicht genau was das wird mit dem herding vielleicht kann man da ja tierchen streicheln die dann weiß nicht vielleicht besonders gut ressourcen geben es wäre auf jeden fall mal schön da hätte ich so richtig lust drauf eigentlich nicht dings bekommen nehmen also kein so sammel baff teil naja wenn ich tierchen streicheln will dann habe ich ja dafür pall world und da mache ich das wirklich regelmäßig wenn irgendeiner was geschafft hat und der sich freut dann gibt es dann gleich noch mal eine kleine streicheleinheit oder einfach so die tierchen die mit mir mit rennen oder mich tragen genau ja apropos pall world ich habe da so ein kleines problem nicht mit dem spiel sondern eigentlich ehrlich gesagt eher mit youtube hau halt ab hier ich habe da eine folge hochgeladen die ist auch schon hochgeladen aber also da habe ich gebaut habe ich eine neue basis erstellt dauert 50 minuten das video aber irgendwie schafft es youtube nicht das fertig zu verarbeiten das ist jetzt schon 24 stunden ja bitte warten sie wird noch dauert länger als erwartet irgend so ein scheiß das bearbeiten und ich habe echt schon die befürchtung dass das video nicht mehr hoch also nicht mehr fertig verarbeitet wird und wenn es nicht fertig verarbeitet ist dann kann es auch nicht freigegeben werden also ich kann nicht mal ein thumbnail einbauen Es lädt und lädt also ja hochgeladen wie gesagt ist es aber Irgendwie na ich weiß auch nicht Also allgemein scheint youtube momentan ein paar probleme zu haben denn ich habe auch gemerkt dass Videos wo ich schon ein paar aufrufe bekommen habe dass die dann auf einmal verschwinden und auf einmal sind da videos da da sind zum beispiel likes auch vorhanden und dann sind dann auf einmal sämtliche Aufrufe weg die aufruf zahlen da steht dabei keine aufrufe das ist auch so ein bisschen seltsam Also irgendwie scheint youtube bisschen probleme haben bisschen probleme zu haben aktuell Ja und wegen dem hochladen ich habe danach noch ein andere videos hochgeladen Dies haben ohne probleme geklappt die sind komplett oben wurden verarbeitet aber dieses eine video die 50 minuten ich ganz gute baufolge Tja ist nicht drin Danach habe ich noch ein video gemacht wo ich die basis noch so mal kurz vorstelle aber nicht wirklich weil man ja das alles in der baufolge gesehen hat was ich so platziert hat habe und ja Und wenn es jetzt nicht klappt dann wird die folge danach so ein bisschen fragwürdig sein also Ja wo kommt die basis jetzt her Werdet euch dann fragen und hätte man das nicht im video machen können ja schon aufgenommen ist es ja aber irgendwie Will es das nicht fertig machen also ich werde jetzt noch mal ich sage mal ganz blöd eine woche warten Und wenn nicht dann muss ich das video löschen und ich habe halt leider das problem ist ich habe die original datei nicht mehr die habe ich schon gelöscht weil ich habe gedacht ja gut ist es hochgeladen braucht es die datei nicht mehr Dann kann ich es ja entfernen und auch halt schon aus dem papierkorb rausgenommen Tja Blöd Aber wer konnte das denn auch wissen dass youtube das nicht gebacken kriegt Es wäre echt schade ich glaube dass es einige leute gibt die gerne bauvideos schauen Tja Doof ja ich werde noch bissel abwarten bevor ich das abbreche und lösche Aber es ist echt schade es wäre echt schade Ich habe mir da echt mühe gegeben also ja das bausystem ist halt nicht so besonders da kann man in korb und schon mehr machen Aber es ist noch nicht so viel möglich in pal world zu bauen also nicht wirklich schön und es gibt auch sehr wenige bauelemente das korb und schon weiter Aber naja Es wäre halt schon schön gewesen wenn ich es hochladen könnte und euch zeigen wie ich denn so live baue Aber auf jeden fall ist es schön eingerichtet Und in der folge danach habe ich dann Die pals reingetan die ich da haben möchte in der basis Das werdet ihr auf jeden fall sehen das video aber ich werde es dann im nachfolge video noch mal dazu schreiben Falls es wirklich komplett nicht klappt dass Ja YouTube mir da einen strich durch die rechnung gemacht hat Aber mal abwarten vielleicht braucht es wirklich einige tage bis das fertig gearbeitet habe vielleicht müssen die da irgendwas an einem server rumschrauben oder so Vielleicht merken die vielleicht merkt youtube das Aha das stimmt irgendwas nicht Lass uns doch mal nachschauen keine ahnung ob die das oder hinter sind oder ob ich es wirklich löschen muss wir werden sehen Aber wie gesagt bedauerlich wäre es auf jeden fall Das ist glaube ich ein ganz gutes video geworden Und halt mal abwechslung zum erkunden Ja hier kann ich ja nicht mehr bauen das wisst ihr ja Kein slot mehr frei In den stadtzentren Verimnia Moment da müssen wir hin Ja aber macht da auch mal wieder spaß ein bisschen auf den feldern herum stromern und Beeren sammeln Wie viel haben wir denn überhaupt Ja Passt doch Über drei volle stapel das ist doch schon mal gut Und jetzt sind wir dann eh schon fast durch Mit der einfachen runde Dann werden wir auf dem rückweg noch Bären mitnehmen Ja und die zeit vergeht halt auch wenn ich viel zu erzählen habe Dann gibt es dann so Ja wenn man arbeitet Ja das für mich ist das hat schon arbeit hier Was ich da so mache Ja Wenn man das so sagen kann Und da ist es immer schöner Finde ich wenn man was zu erzählen hat Ja Ja Denn ich meine ihr seht ja was passiert Und dann brauche ich euch jetzt hier erzählen Aha ich pflücke jetzt einen Busch und da habe ich jetzt Rubern rausbekommen Das wäre ja irgendwie ein bisschen sinnbefreit So Okay Ähm Hier haben wir noch so eine Insel Und da hinten nochmal Und irgendwie glaube ich müsste es da auch nochmal Dings geben Äh Äh Ja okay kommt da durch Nein es ist Ja Ich will nicht schon wieder meckern So Bienen sind da drin Ach das ist auch noch so eine Insel Okay Ja gut Mehr Insel Bedeutet mehr Bären Aha Da hinten habe ich auch noch Einmal Getreide nicht mitgenommen Das werden wir dann auch gleich nachholen So Ja ich mag die Ecke hier hinten irgendwie Ich weiß auch nicht Das ist so schön abgeschieden irgendwie von allem Hier mit diesem Haus und da dem Turm Zieges rennen rum Und hier dieses Gebäude da mit Zaun ringsrum Da würde es sich doch auch gut leben Aber halt eher als Farmer und Na Remir ist ja kein Farmer Er ist das Holzfäller und Sammler Aber ich glaube wenn sowas mal ins Spiel kommt Dann wird er sich auch so ein bisschen daran betätigen Ich weiß noch nicht genau was Also ich schätze mal das normale Pflanzen anbauen Das wird er nicht machen Ich weiß noch nicht was das genau wird Aber er wird Also das mit den Tieren hätte ich gerne gelernt Und was war noch Hörding Pflanzen Pflanzen Ach Bäume Genau Bäume pflanzen Also Förster Tätigkeit Das wird er auch machen Genau das werde ich ihm noch beibringen dann Wenn es klappt von den Punkten her Ja wenn es ist muss halt ein paar Sachen verlernen Ich meine sowas wie Ja Wartet mal Kritische Chance Ja gut das wäre jetzt nicht so wichtig hier Schmieden Hier Attacke ist gut Ausdauer ist auch nicht verkehrt Ja Ja Also kritische Chance ist jetzt nicht so wichtig Und ich merke da auch nicht wirklich Unterschied Ob es 5% mehr kritische Chance hat Das ist doch auch ein Quatsch eigentlich So Genau Hier und da Schauen wir mal was da noch so ist Ja Hier gibt es auch auf jeden Fall Bären Und es wird halt schon wieder finster Das ist echt so ein bisschen fragwürdig Aber ich will das nicht schon wieder in der Nacht sammeln Tja die einen freuen sich wenn sie nachts im Mondstein farmen können Oh das ist zu kurz Und ich freue mich wenn es Tag bleibt Auch zu kurz Tja Man kann halt irgendwie leider nicht alles haben So Dann schauen wir da noch rüber Ich glaube beim Husten geht es momentan so ein bisschen besser Ihr habt euch ja So ein wenig Sorgen gemacht um mich Ne ne das braucht ihr nicht Aber ist echt total lieb von euch Aber beim Husten geht es jetzt ein bisschen besser Ab und zu habe ich noch einen Frosch im Hals Ist ja Brauche ich jetzt nicht tausendmal noch erwähnen Dass das vom Rauchen kommt bei mir Das weiß ich selbst Aber ich glaube so richtige Hustenattacken Die werden jetzt eher ausbleiben Also mir geht es auch momentan richtig super Also sei es körperlich und psychisch Mir geht es eigentlich richtig gut Ich habe Spaß am Zocken Am Aufnehmen Und am Videoschauen was ich privat mache Okay Ja jetzt ist es halt wieder finster Ja gut Gut machen wir uns mal auf den Rückweg Aber ich brauche jetzt mal einen Schluck zu trinken Trockenden Mund kann man nicht vermeiden Heute gibt es mal wieder leckeren Schwarztee In der handlichen dreiviertel Liter Tasse Na habe ich mal von meiner Cousine geschenkt bekommen Das ist meine Lieblingstasse So eine Harry Potter Tasse Mit Hagrid drauf Und den dreien Und ein Drachen Norbert Wie er frisch aus dem Ei schlüpft Genau so eine Harry Potter Tasse Mag ich ja auch sehr gerne die Filmreihe Und die Bücher natürlich Oder Hörspiele Hörbücher Genau Hörbücher sind es Ja bin ich auch ein Fan davon Schau ich mir auch meistens einmal im Jahr an Finde ich richtig gut So Aber momentan Vor allem YouTube Palvert Videos schaue ich ganz viel Also okay Gut Machen wir uns mal auf den Rückweg So wo sind wir denn jetzt hier Da Okay Ja mich interessiert halt Palvert momentan am meisten Auch von den Spielen die ich selber spiele An zweiter Stelle kommt die Sims Das macht mir auch richtig Spaß Okay hier gibt es also schon Bären Wieder neu gewachsen Sehr schön Ja Wie gesagt das macht mir auch total Spaß mit Rumlane Jarek Ist auch richtig gut Mit seiner Meerjungfrau Nalani Und aktuell ja in der Polizeikarriere Also schaut da gerne mal rein Wenn ihr einigermaßen was Mit Sims anfangen könnt Aber ja das Sims ist halt Viele bezeichnen Sims ja als Mädchenspiel Und ich finde halt gar nicht Klar ist es Hat schon glaube ich einen großen Anteil An weiblichen Spielern Aber ich Habe die Teile schon immer gern gespielt Ich habe mit dem zweiten Teil angefangen Fand den okay Den dritten Teil habe ich schon sehr gemocht Da bin ich dann reingekommen Obwohl ich da auch nicht so viele Packs hatte Aber da habe ich mir auch einige interessante Charaktere erstellt Und Sims 4 da bin ich total drin Also das finde ich total gut Und da hat man ja mal ein Let's Play Wo ich einen Werwolf gespielt habe Und 180 Folgen lang Das wird jetzt Korban langsam schlagen Von der Folgenlänge Von der Folgenanzahl her Da sind wir auch schon bei über Ich glaube 170 Müsste das sein Weiß ich jetzt gar nicht Aber so um den Dreh Ist dann mein längstes Letzte Längstes Let's Play Genau Und ich meine wenn in Korban noch ganz ganz viel Neuer Stuff reinkommt Neue Gebiete und alles mögliche Dann wird das definitiv das längste Let's Play Das wir haben werden So Was haben wir denn hier Ja Okay Reguläres Elixier Das ist nicht wichtig Okay Ähm Schauen wir da nochmal hoch Na machen wir einfach mal Weiß nicht ob ich da schon gerade war Ne Halt Ah und ich wünschte mir wirklich Die würden die Bäume Die über einem sind Äh unsichtbar machen Na Na Jetzt gerade sage ich es nochmal Musten Ja ne oder einfach Transparenter irgendwie Das wäre echt gut Damit man einfach schöner sammeln kann So Okay Moment Dann Haben wir hier noch irgendwo den Mondstein Genau den nehmen wir auch mit Warte mal Was ist mit dir Viech So Jetzt werden wir dich aber verarschen Und tschüss Blödmann Okay Also hier waren wir oder Ne da waren wir noch nicht Okay Ja 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 wir haben wir Echt ordentlich jetzt Beeren zusammen Ja schade nur dass wir das ganze andere Zeug da rausschmeißen müssen Ja Ja es ist auch anstrengend für die Augen Muss ich wirklich so sagen Es ist dunkel Relativ dunkel Klar man hat die Lampe Aber dann hast du diese Überstrahleffekte von den Blättern der Bäume Ab und zu mal muss man da wirklich die Augen zukneifen Das ist irgendwie alles so ein bisschen Naja okay Ja gut Halt Du kommst mit Wie Wärmchen Der Dämmerung Sehr schön Moment Gehen wir erstmal da lang Ja gut Und im Dämmerlicht ist es halt echt schwierig Mit dem Sammeln hier Im Gemüse Naja Naja Wem erzähle ich das jetzt ja selber Aber ich muss sagen das ist wirklich etwas anstrengend Deshalb mache ich das auch nicht so gern Und was ich so weiß von anderen Spielern die bei uns waren Die auch Rubern gesammelt haben die sehen das ähnlich Also Ja Also wir sind schon so eine Truppe die ähnliche Ansichten hat Was das Spiel betrifft Ich sehe es natürlich nicht so drastisch wie die Ja kein Content und so Also es ist schon Content drin So ist es ja nicht zu wenig Ja gebe ich den anderen recht Aber Es ist jetzt auf jeden Fall für mich jetzt kein Grund zu sagen ich spiele Korbon nicht Das ist auf jeden Fall nicht Ich habe noch Spaß Also wieder Spaß Ja ich weiß ich klang schon ein bisschen frustriert in letzter Zeit Aber so schlimm ist es nicht Ich habe nicht mehr so viel Spaß wie früher das muss ich schon eingestehen Aber Ja Es geht Es geht schon Ich mache mir halt immer noch Sorgen Dass das halt nicht mehr so wirklich schön ist für euch zum zuschauen Warte mal Kein Platz für Zweige Kann ich keine Rubern mehr sammeln? Doch Rubern gehen schon noch Okay dann versuche ich jetzt nur noch die Die Beeren gezielt zu pflücken Ja Wird eh jetzt bald voll sein nehme ich an Wir haben schon echt einige geholt Jetzt Ja ja Auf zu nerven Arschgelge Oh Ich habe schon gedacht ich schaffe es endlich mal Äh Ein Video aufzunehmen ohne eine einzige Beleidigung Ja Denkste Oder fluchen Tja Tja Ist halt so drin in mir Wenn mich was aufregt dann schimpfe ich halt wie ein Rohrspatz Gelegentlich Okay Okay kein Platz mehr für Beeren Alles klar Gut Dann räumen wir aus So Mach das mal so So Und Abflug Nach Brückenwacht Hier müsste ja alles in Ordnung sein Zwölf Tage haben wir Und schauen wir mal am anderen Platz Aber wir haben ja glaube ich beim letzten Mal Moment Da ist nochmal Eisen dran Ups Das nehmen wir uns noch mit Kein Platz für das Maragd Okay Den müssen wir natürlich mitnehmen Äh Schmeiß den Quatsch raus Das braucht man nicht Pflanzenfasern Äh Was mache ich denn wieder? Mach es vergessen So ich schnelle das Maragd mitnehmen Bevor er verschwindet Schauen wir mal Haben wir da auch noch Eisen dran? Äh Sehe ich gerade nix Okay Moment wir hatten noch einen kleinen Heiltrank erfunden Okay Müsste dann nochmal schnell was nachkontrollieren So Smaragd Eisen So wie schaut es denn jetzt hier aus? Ja Es wird langsam im Eisen Es wird So dann haben wir auf jeden Fall Mutterkorn Das war hier Das war hier Bienen Und Glühwürmchen Achso Okay Keine normalen Glühwürmchen mehr mitnehmen Okay Moment Hatten wir da noch irgendwo Platz Für Ruhbären hier Achja das sind ja lauter 50er Stapel Was war hier unten noch? Aha Okay So Warte mal Hier waren Ruhbären Dann So ein paar haben gefehlt Okay Hier oben Genau Hier sind Leuchtpilze Schauen wir mal hier Okay Goldgetreide Okay Ja Jede Menge Ruhbären Ja das ist eh zu viel Pilze brauchen wir dann eigentlich gar nicht mal so viel Hier ist ein angefangener Haufen Und so ein bisschen Das passt doch Okay Dann lassen wir die Bienen frei Das fliegt raus Das ist ja ebenso Und da haben wir noch ein paar Stopp Der Kiste hier Haben wir auch bald alle Duke's Head voll Sehr schön, okay Ähm genau Im Dorf wollte ich jetzt nochmal schauen Was so die Chipplinge sagen Sieben Tage, okay Eine Woche Zeit Alles klar Gut Dann räume ich noch Das Eine Stückchen Sporen raus Ähm So Okay Haben wir wieder 52 Hatten wir ja ein paar verbraten Ähm Genau hier war halt auch nicht mehr voll Genau hier gerade Harz fehlt Holz haben wir noch genug aber Harz fürs nächste Mal reparieren aber Ich würde sagen das passt alles Soweit ganz gut Okay Dann Leute Vielen Dank fürs Zuschauen Ich hoffe ihr habt ein bisschen Spaß Habt mir gerne zugeschaut und zugehört Und seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei Macht's gut Ich wünsche euch was Ciao Und Servus